Leute, da sag ich mal moin moin und herzlich willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 15. Heute spielen wir wieder mit Jellyfish und natürlich habe ich jetzt wieder mal einige Sachen, die hier dabei sind. Ja, vor 22 Stunden, das heißt also im Endeffekt leider auf die letzte Frage des Tages, meinerseits, konnte ich nicht drauf eingehen oder könnt ihr noch nicht drauf eingehen, aber das wird noch kommen. Das wird noch kommen, das wird noch kommen. So, erstmal hat hier Let's Play The Big Boss, äh, da ist ganz schön viel eingelöst. Ähm, wieso auch nicht, äh, wieso auch nicht. Bundesliga-Team, ja, irgendwie bei Ultimate Team oftmals Bundesliga-Team, also so ein Rodriguez auf links, äh, zu stellen. Klar, das sieht da jetzt unten völlig, aber so mal was von völlig B am Platz aus, aber im Endeffekt ist er ja wirklich ein richtig guter da hinten. Ähm, aber da oben, Shaqiri oben in der Ecke, auf der rechten Ecke zu haben, warum? Warum? Warum Shaqiri da oben rechts? Der passt gar nicht dazu, überhaupt nicht. Weil er ist, okay, er spielt bei Bayern München, klar, aber er spielt ja in echt gar nicht mehr bei Bayern München. Das ist das Erste und das Zweite ist, dass er gar nicht RF eigentlich ist, oder? Der spielt doch RM, der spielt doch nicht RF. Der spielt doch jetzt bei Inter Mailand nicht RF. Ja, keine Ahnung, ist mir auch endlich fast schon lax. Also in der Karriere, der noch sehr lange in Karriere gespielt hat, an dem Tag mit RB, mit RB Leipzig. Boah, auf jeden Fall ist das hier voll. Ähm, nachrichtentechnisch nichts, dann haben wir hier auch nichts. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Ähm, eine Frage, die mir gestellt worden ist, nämlich, äh, am Samstag. Ja, Samstag. Magst du mir mal die Werte zeigen von Jellyfish, damit wir, damit ich den schon mal selbst erstellen kann, doch, warum nicht? Also, äh, wer Jellyfish selbst erstellen möchte vorher, der kann auch Jellyfish selbst erstellen vorher. Aber andersrum, natürlich hat der Jellyfish auch noch den ein oder anderen Update. Ähm, weswegen das wahrscheinlich so ein bisschen dann anders sein wird. Also, Schnelligkeit, ne, also Ausdauerschnelligkeit, der ist ja sehr, sehr beweglich. Und von daher, wahrscheinlich ist das deswegen so ein bisschen, äh, von unserer Seite aus gut. Ja, dadurch, dass er relativ viel Ausdauer hat. Aber, naja. Schwamm drüber. So. Heute spielen wir gegen Swansea City. Wir sind auf der Tabelle, das habe ich letztes Mal gar nicht gezeigt. Auf Platz 8. So, und als Achter haben wir jetzt natürlich die Chance, dass, doch, das habe ich letztes Mal gezeigt. Und als Achter haben wir jetzt die Chance, einige zu überholen, denn Everton hat ja schon gespielt. Wenn wir zwei Tore Vorsprung holen sollten, könnten wir Everton überholen. Also, heute heißt das nicht nur ein Spiel gewinnen, nein, am besten auch noch mit zwei Toren Vorsprung. So, wir spielen heute, ja, das habe ich auch, da habe ich auch vor einiger Weile gesagt, ich habe wieder Leute gesehen mit diesem Shirt. Das ist unglaublich. Die Leute laufen heutzutage immer noch rum mit diesem Shirt. Warum? Ich weiß es nicht. Wir spielen trotzdem heute mit unserem Heimdress, weil Heimdress ist cool und Auswärtsdress ist, ja, weiß ich nicht, ein bisschen überflüssig. Heute spielen wir in Liberty Stadium als Stadion, was ehrlich gesagt, ja, ohne dieses EA-Pakt-Kram nie dabei gewesen wäre. Also, vielleicht als generiertes Stadion, das vielleicht, aber auch nur vielleicht. So, das ist ein bisschen scheiße gelaufen. Ja, mir hat man da auch mal gesagt, also, mir hat man da gesagt, der Blubaker, ja, etwa, hat mir gesagt, wirft da mal hier die Sachen, aber das klappt doch gar nicht. Das klappt doch überhaupt nicht. Ja, hier habe ich mich so ein bisschen verkühlt im Urlaub. Deswegen, Schnoddernaß. Eine Schnoddernaß. So, wir haben natürlich, äh, es wurde auch unter anderem der Kommentar gefragt, so von wegen, äh, gibt es die Frage des Tages nochmal? Ja, können wir machen, können wir machen. Dann kommen wir gleich noch auf die erste, die Frage des Tages. Die bezieht sich ja jetzt momentan eher dann darauf auf kommende Let's Plays. Zum Beispiel, ich hatte ja mal einen Let's Test gemacht, nämlich zu, äh, Formel 1, 2000, äh, 1999 bis 2002. Ähm, das Let's Test ist damals mal so gar nicht gut gelaufen, sagen wir es mal so. Und, ähm, nach einer Weile, so, als hier FIFA so ein bisschen auf Playstation-like kam und urplötzlich haben sie alle Interesse gehabt, so von wegen, oh, mach doch. Ähm, wie steht ihr jetzt dazu, Leute? Wie steht ihr jetzt heute? Heute, ähm, Juli 2015 dazu. Schreibt es mal in die Kommentare, ob wir das, äh, ähm, Spiel spielen sollten oder nicht. Bei über 5 könnte man sogar sagen, ja, machen wir, ja, der wirft ja unten nach unten. Bei über 5 könnte man sogar sagen, ja, mh, sollten wir doch mal einpeilen vielleicht. Dann würde das ein Parallel-Let's Play sein, also parallel zu diesem Let's Play. Also, ne, zu Ultimate Team, dann zu Ultimate 10, 16. Dann werden wir so ungefähr im September anfangen damit. Denn ich habe noch ein anderes Spiel vorher geplant. Erstmal mal kommt hier The Blob fertig hoch. Irgendwie finde ich einfach die Zeit nicht, um, äh, einen Stundenteil rüberzuladen und abzuspeichern. Ich komme einfach wirklich nicht dazu. Es ist einfach irgendwie schon ein bisschen peinlich, aber, ja, ist schon okay. So. Also, ab in die Kommentare. Wie ihr dazu stehen solltet. Ja, nein, vielleicht. Gibt natürlich noch andere Sachen. Also, hier die Nummer 1, die kam aus, ähm, Arsenal. Da hat man natürlich jetzt mal gemerkt, aha, okay, Swans hier zugeschlagen in der Hinsicht. Weil Ospina ja, wie gesagt, also, ne, Arsenal verkauft einen Torwart. Also, habe ich, habe ich, ja, beim Arsenal-Spiel schon gesagt, einen Torwart verkaufen sie. Wenn sie aber beide, wenn sie einen losgebrochen sind, dann ist es vorbei. Dann, äh, verkaufen sie den anderen nicht. Wird wahrscheinlich in der nächsten Saison ein bisschen anders laufen. Da haben sie ja drei gute Torhüter. Und da werden sie wahrscheinlich, ähm, zwei verkaufen. Weil sie brauchen keinen Schech da im Tor. Apropos, sie brauchen keinen Schech im Tor. Äh, Top-Nachricht des Tages gestern. Ich war, ähm, also gestern, gestern war Samstag. Äh, Top-Nachricht des Tages für euch vorgestern. Gassias geht von Real Madrid. Der ist weg. Ja, der wechselt nach Portugal. Ich war völlig überrascht. Klar, vor einigen Jahren hieß es, äh, so von wegen, oh, Manchester United und sonst, oh, und, äh, ja, so ein Gassias, ne. Weil der ja damals, äh, in der, damals war das ja so, dass Gassias ja keine, äh, Spiele spielen durfte. Da durfte immer nur der Nummer zwei ran. Und da hat man dann gesagt, oh, ja, nee, Gassias, mhm, den brauchen wir nicht mehr. Und plötzlich, zack, letzte Saison durfte er doch nochmal mehr Spiele spielen. Deutlich mehr. Ich glaube fast, er hat, glaube ich, alle gespielt. Ähm. Und zack. Ne? Bist du wieder gut dabei? Ah, ja, der ist schlecht getroffen. Sehr schlecht getroffen. Ähm. Ja, damals war Degera auch als, äh, Nachfolger ganz groß getitelt. Mal gucken, wer jetzt Real Madrid dann im Tor vertritt. Also, ich glaube, das Ding mit Degera ist noch nicht ganz durch, oder? Der bleibt doch noch beim Manchester. Aber wer bleibt, wer ist jetzt dann der Torhüter Nummer eins bei Real Madrid? Oder habe ich da was verpasst? Ja, wie gesagt, ich war im Urlaub. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist da ja schon ein neuer Torwart da. Vielleicht die klassische Nummer eins. Aber Manuel Neuer, äh, ich weiß zumindest, dass aus der Bundesliga keiner kam. Manuel Neuer nicht. Bernd Leno ist auch nicht gegangen. Trapp ist nach Paris gewechselt. Ähm. Ter Stegen spielt noch weiterhin in Barcelona. Äh. Weidenfeller ist auch nur, äh, Weidenfeller, da weiß ich auch nicht so ganz, Weidenfeller, warum der jetzt nicht geht. Roman Birki wird wahrscheinlich im Tor stehen, aber Roman Weidenfeller als Nummer zwei, ich weiß nicht. Oder wird der Weidenfeller jetzt noch als Nummer eins in Dortmund gehandelt? Ich kann es nicht sagen. Ich kann leider nicht sagen, ob oder ob nicht. Zumindest weiß ich, dass die Torhüter eine große Frage sind. Also wer, wo, was, wann, wieso, weshalb geht. Ja, Jellyfish, äh, scheint nicht so geil, gerade nicht so in Topform zu sein. Ähm. Hecke? Nein. Welcher Torhüter denn jetzt wohin geht? Aber grundsätzlich in dieser Transferphase sind ganz schön viele Keeper los, ne? Also die gehen und dann kommen und es ist unfassbar. Sonst ist es eigentlich oftmals so, dass dann die Stürmer so im, äh, Blickfeld stehen. Arig, arg, arg, arg. Oh nein, 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 nein. Ähm. Die Stürmer hauptsächlich im Blickfeld stehen eines Transfermarktes. Aber dieses Jahr sind es die Torhüter. Ganz kurios. Ja. Auch so ein Keeper wie Lennereck, der ja jetzt nach Stuttgart gegangen ist. Ja, äh, eigentlich eine gute Sache. Der Punkt ist bloß der. Ähm. Neben Lennereck hat man noch den polnischen Nationalkeeper geholt. Also das weiß ich auch nicht. Also natürlich zwei Torhüter zu holen, ne? Ulreich ist ja, ja, das steht klar im Abseits. So, jetzt steht nicht im Abseits. Dementsprechend, ne? So, ja. Ja, Ulreich zum München, zum Bayern München. Ja, Pepe Rehner ist ja wieder zurück zu, äh, Neapel gegangen. Ist aber auch, glaube ich, aus seiner Sicht, äh, viel besser, als bei Bayern München Nummer zwei zu sein. Pepe Rehner muss spielen eigentlich. Damit er wirklich, äh, noch einen Chance hat auf das Tor von der Nationalmannschaft in Spanien. Er hat ja, er kann das ja. Auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Aber der kann das ja. Erst recht, weil jetzt ein Garcia's langsam in Richtung, äh, Rente geht. Obwohl, äh, Pepe Rehner ist, glaube ich, älter, oder? Ich weiß es nicht. Der müsste doch älter sein. Der müsste doch zwei Jahre älter sein. So, sehr gut, Son. Auch ein Superspieler. Und da steht mal wieder 0 zu 0. Also wir haben hier grundsätzlich bei Newcastle das klassische Problem, dass wir ein 0-0 spielen. Wie gesagt, das ist dieser, das, äh, man hört den Druck, äh, hinter, hinter der Kamera. Ne, ihr wisst ja schon. Ihr sagt doch, oh Mann, jetzt kommen zwei Tore, ey, zwei Tore. Dann schaffst du schon erwarten. Aber, ja, 0-0. Es deutet sich auf einen Unentschieden hin. Und Manchester United liegt zurück. Ich glaube, es hackt. Also. United liegt gegen Aston Villa zurück. Ich kenne hier, also wir hatten mal, äh, in der Schule, also ich hatte mal in der Schule, in der 6. Klasse, ein Englisch-Referendar, ne? Der kam aus England. Klingt logisch. Der wollte, der wollte Deutschlehrer werden. Und er hat dementsprechend bei uns Englisch, ähm, Englisch-Referendiert, wenn man das so nennen darf. Äh, äh, und der war Aston Villa-Fan. Jaja. Was aus dem geworden ist, keine Ahnung. Äh, vielleicht ist er jetzt Deutschlehrer, vielleicht ist er auch was, weiß ich. Zumindest war der zwei Jahre da und ich glaube, der hat sich bei uns wohlgefühlt. Es war so um die Weltmeisterschaft 2006. So, ein Wurf. Es ist recht, wenn man mal überlegt, so von wegen, äh, Referendare. Kennt ihr irgendjemanden in eurem Freundeskreis, der jetzt demnächst Lehrer werden möchte? Oder Lehrerin werden möchte? Schreibt es mir mal auch in die Kommentare, wenn ihr Lust drauf habt. Es ist, ja, heutzutage, es ist einfach auch manchmal so, dass zwischendurch die Leute, ähm, die Leute völlig andere Wege gehen. Ne, man kennt ja welche aus der Schule und dann denkt man sich so, oh cool, und yay, und, ne? Äh, und Manchester United hat ausgeglichen, ja, dann ist auch alles völlig wurscht. Dann können wir uns wieder auf Fußball konzentrieren und nicht auf irgendwelche Berufe. Wow, ja, das ist immer dieses Durchrunnen, dieses Brechstange. So. Ja, ich hab, ihr habt's gehört, ich hab gepasst. Er hat aber nicht gepasst, also der passt nicht, ja? Passt, das ist unglaublich mit diesem Regen. Ja, also natürlich diese Zeitdifferenz und alles. Ich glaub, ich bleib da mal vorne stehen. Ich glaub, das schaffen die schon. Taylor. So. Jetzt aber. Jetzt aber. So, wieder draus rumtricksen. Und, nein! Dann geht er knapp am Kasten vorbei. Ja, unser eigener Mann, der war ja auch noch da, der stand aber da auch im Abseits. Und den hätten wir da jetzt nicht anspielen können. So, Wechsel. Bei uns wahrscheinlich der klassische Wechsel. Ja, so sieht's aus. Anita wieder raus! Der verlässt ja immer wieder den Platz, also... Das macht aber nichts, wenn du so einen klassischen, taktischen, äh... So ein klassisch-taktisches Prinzip hast, wo du sagst, so von wegen, okay, der raus, der rein. Dann kannst du's doch auch machen. Na, du musst ja hier nicht... Ja. Du musst ja hier nicht, äh... Richtig taktisch agieren. Das habt ihr auch oft bei den... Habt ihr auch oft beim Freundschafts-Cup gesehen, dass ich zum Beispiel so welche, äh... Meine Defensivleute, also wie mal Matic oder, äh... Fabregas, rausgewechselt hab, dann für Ramirez und, äh... Zuma. Nun setz ich Zuma mal schlecht gerne dahin auf die... ZDM-Position. So, jetzt aber. Jetzt aber! Na, aber es ist doch alles ist doch... Mann, ey, das kann nicht sein! Da haben wir mal einmal diesen... Die Möglichkeit hier wirklich was zu reißen. Okay, das letzte Spiel haben wir auch per, äh... Eigentor gewonnen. Aber... Oh Mann, ja, da müsst ihr auch mal mitkommen. Ne, das ist das große Problem. Wenn du ein einzelner Stürmer hast... Klar, du musst so einen Stürmer haben, der grundsätzlich hier durchbringt. Pressen kann. So, aber ich bin hier ein kleiner... Es ist ein kleiner Stürmer, der aus Neuseeland kommt. Ich brauche Hilfe. Ne, wir holen hier die ganze Zeit Hilfe. Aber im Endeffekt, jo. Das deutet sich hier echt alles auf ein 0 zu 0 hin. Also... Unser Keeper hat fast nichts zu tun. Aber andersrum... Ja, treffen wir das Tor einfach nicht. Und das ist bitter. Also heute wieder keine Tore. Ja, 0-0. Traumchance verpasst, würde ich mal sagen. Also... Unser Team freut sich vielleicht ein bisschen. Aber ehrlich gesagt ist das mal so gar nichts wert. Wir haben 35 Spiele jetzt absolviert mit Jellyfish. Und wir haben eine 7-2. Also... Das ist jetzt nicht irgendwie unterweltlich. Wir sind ja schon fast Spieler des Tages. Ich weiß nicht, ob wir Spieler des Tages sind. Äh... Nein, sind wir nicht. Denn der Spieler des Tages ist der Innenverteidiger von Swansea. Ja. Aber auch wahrscheinlich zu Recht, weil... Der hat ja mehr mit mich aufgehalten als alles andere, oder? Ich glaube schon. So, Manchester United hat unentschieden gespielt. Also gegen den ersten Villa. Tonnenheim-Ortzburg ist ein klarer Sieg. Also jetzt sind sie endlich mal aus ihrem Tief raus. Nachdem sie wahrscheinlich das Eigentor gegen uns gemacht haben. Ja. Wird schon so hinhauen. So, abgestellte Spieler für die Nationalmannschaft. Da seht ihr, wir sind nicht dabei. Wir sind... Ich weiß nicht... Weih, wir sind nicht dabei. Egal. Wahrscheinlich, weil die europäischen Spielmannschaften jetzt spielen, ne? Ich glaube schon. Oder steht das grundsätzlich da, dass wir hier irgendwie irgendwas mit Nationalmannschaften spielen? Ja. Gut. Wir sind nicht nominiert für das Spiel gegen Tschechien. Und wir sind auch nicht nominiert für das Spiel gegen Ungarn. Das macht aber nichts. Kommen wir hier schneller voran. So, wir sind... Oh, wir sind im Team der Woche. Das ist schön. Das freut mich. Obwohl wir kein einziges Tor erzielt haben. Ach, das macht nichts. So, trotzdem Team der Woche. Wir sind zum fünften Mal im Team der Woche. So. So, Nationalspiele sind rum. Wir haben kein Spiel gespielt. Das macht nichts. Francesco Klose. Wett? Francesco Klose? Wett, ich gucke. Wer um Himmels Willen ist Francesco Klose? Aha. Ein 17-Jähriger. Ein Italiener, der aus Polen kommt, oder was? Keine Ahnung. Und dann für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Super. Also. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, wir sind weiterhin auf Platz 8. Wir gucken da weiterhin rum. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ihr mögt. Wir spielen jetzt nächstes gegen Aston Villa, habe ich gerade gesehen. Und Aston Villa ist auf Platz 10. Also, die stehen hinter uns. Mit einem Sieg, falls alle anderen da oben verlieren sollten. Aber Überraschung, Überraschung. Call City ist auf Platz 5. Also, da wollen wir auf jeden Fall hin. Mindestens Platz 5. Und, äh. Ja, wir sind noch dran. Also, wir sind jetzt nicht komplett abgeschottet von, äh, gut und böse. Ich glaube, wir sind auch aufgestellt. Selbstverständlich sind wir auch aufgestellt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ihr mögt. Schaltet dein, wenn nicht, dann nicht. Bis dann. Macht's gut.